Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Äh, es ist immer noch Subnautica da draußen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich tun muss. Gar keine. Äh, die Anleitung hier, die gegeben wird unter Einstellungen, Tastenbelegung, ist auch nicht gerade hilfreich. Gut, versuchen wir es mal. Es ist jetzt nicht mehr ganz so dunkel, ne? Dunkel ist ein Höhler. Okay, jetzt ist es wieder kühl. Ich blieb da vorne. Boah, könnte ich das vorstellen? Ihr seid offene Meer, tiefe Dunkelheit, außer der Mond und Wurmplanet, ne? Ja, in dem Fall... Rückmeldung ist mir den Fehler zum Ende, aber eine Rückmeldung zu geben. Okay. Das ist das einzige, was euch leuchtet. Und dann platzt es noch neben euch. Ne, es wird schon wieder heil. Ähm, ja, keine Ahnung, ne? Ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was ich tun muss. Ich habe vorher mal einen Notruf bekommen von einer Absturzstelle. Da ist mein, mein... Basis-Camp-Lager, wie man es auch nennen möchte. Boah, sieht fein aus. Unter Wasser. Boah, das haben sie richtig nice gemacht. Das mit dem... Ist das Hagel? Mal gucken. Ja, sieht nach Hagel aus. Ist auch ganz nett. Gibt es hier irgendwo eine Karte? Signale. Landekapsel. Was ist das? Ne. Ich mach mal eine Landekapsel. Hier ist es grün. Ich weiß nicht, das ist meins. Kann ein Screenshots machen? So, das ist der Notruf. Ich glaube, den muss ich suchen. 200 Meter. Was? Tiefe? Wer da hat sich gerade? Schlagartig gebessert. Aber jetzt ist die Frage... Ist der kalt? Was ist das für ein Balken? Der da so runtergeht? Ne, das ist der Sauerstoff. Warum? Geht der Sauerstoff? Ich weiß nicht, was das ist. Aber hier war doch gerade was zu sehen. Was ist denn das? Sie finden... Ne, bist du bei... Okay. Was ist denn das? Was ist denn das? Boah. Es ist so creepy, hier abzutauchen. Ich kann Geräusche hören. Okay, sie hat auch Hunger. Meine Figur. Das... Das... Das sieht nach Land aus. So, was bist du? Ist das eine Steinformation? Bist du ein Pilz? Was bist du? Ich kann dich nicht mitnehmen. Und nicht essen. Warte mal, da hinten bewegt sich was auf der Scholle. Okay. Mal gucken, ob das freundlich oder feindlich ist. Das... Das sieht auf jeden Fall süß aus. Oh mein Gott. Sind das... Sind das Pinguine? Kommen wir da nicht hoch, oder was? Doch. Hallo. Bitte Freund oder Feind. Habe ich jetzt... Das Pinguine gemacht? Ja, habe ich. Bist du freundlich? Was bist du? Oh Gott, bist du süß! Au! Au! Die pieken. Die pieken mich. Was kann ich mit den Küken machen? Oh Gott, bist du süß! Die pieken. Was kann ich mit den Küken machen? Weil die Babys wieder haben. Warum habe ich das Ding jetzt mitgenommen? Ich habe es einfach mitgenommen. Okay. Ich brauche was zu trinken. Und ich brauche was zu essen. Essen nicht so tragisch wie trinken. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ist das was das Symbol? Was ist das für eine Wurzel? Was glüht da? Oh. Hast du da so Geräusche? Da hinten ist auch was. Ich muss ganz kurz nach oben. Ja, ja. Ich habe es ja nicht gesehen. Das ist so furchtbar. Was bist du? Ach, du bist ein Fisch? Du bist ein Fisch? Du bist ein cooler Fisch. Hey, Kumpel. Tust du mir auch weh? Tust du mir auch weh? Was kann ich da ausfüllen? Ich kann da meine Tauchflasche dran auffüllen an dem Vieh? Okay. Okay. Du bist wahrscheinlich nicht freundlich da unten. Dich lass ich mal in Ruhe. Ja, einsammeln. Symbiote einsammeln. Geht nicht so einfach. Au. Vor allem nicht, wenn es dir auch noch weh tut. Ich habe einen Sprung in der Brille? Okay. Ich habe einen Sprung in der Brille. Nee. Ist schon wieder in Ordnung. Okay. Die Finger brechen ab. Seek Fluid Intake. Ja, wenn du mir sagst, wie... Ich habe einen Quarz. Spiegel sagen mir, wie ich Flüssigkeit zu mir nehmen kann. Und ich tue es. Oxygen. Die Welt hier sieht ja richtig nice und geil aus. Und ich würde auch gerne mehr sehen. Wow. So irgendwie an Land? Das müssen wir noch üben mal ein bisschen. Hä? Licht. Hello Plant. Was für immer du bist. Ich kann immer was einsammeln. Schnee. Kann ich den... Essen? Irgendwie? Hä? Ich brauche dringend Wasser, aber ich weiß halt wirklich nicht wie. Ich kann den nur mitnehmen. Scheiße. Scheiße. Wow. Ist das nicht die Basis, wo ich abgestürzt bin? Schneemann. Oh, wie geil. Ein Schneemann. Ui. Bitte gibt es da drin Flüssigkeit. Äpfel? Ne. Brüchte. Kann ich die essen? Boah, ich würde halt gerne mal wissen, wie ich mein Inventar benutzen kann. Okay. Nein. Essen. Ne. Ich hab... Ich hab... Brüchte. Toll. Seek Fluid in dich immediately. Geht nicht. Ich weiß nicht wie. Oh, Potato. Potato. I miss that fluffy little couch walrus. Ich kann ja jeden möglichen Scheiß mitnehmen. Ich hab nichts zu trinken, ne? Okay. Keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Was bist du? Oh, ein Automat. Der ist aber leer, ne? Wasser. Wasser. Ja, sorry, Spiel. Ich weiß halt nicht, wo ich Wasser hernehmen soll. Oder was anders zu trinken. Der auch ne Katze. Ja, ich nehm jetzt Bilder mit, weil... Da steht halt auch nix rum, ne? Ich hab'n Haufen PDAs. Was ist das? Hinterines Seekleiters. Kapsel. Keine Ahnung. Ich kann das auch nicht wegwerfen. Da war ich auch schon. Hüpf maaaal. Bitte lass hier irgendwo was zu trinken sein. Bevor die komplett gleich... ...umfüllt? Was war das? Geht nicht, ich weiß nicht wie. Und spiel, du bist nicht hilfreich. Weil das hier... ...hilft gar nicht. Verlassen, einstecken, ja. Linke Hand benutzen. Hilft mir nicht. Rechte Hand. Ja, ich geh gleich drauf. Ach, kalt ist die Augen noch. Dann hoppst du noch kurz in die Basis wieder rein. Okay, das ist Kälte. Ja, ich weiß, dass du gleich abknüppelst. Was soll ich machen? Oh! Nein! Ich weiß schon, das ist die Augen mehr interessiert. Achst gut. Don. Ich weiß es nicht. Ist mein Leben gleich weg? Ja, ich bin tot. Du bist gestorben und hast eine Gegenstelle verloren. Ja, okay. Wo fange ich jetzt an? Habe ich jetzt meinen süßen Pinguin verloren? Das Laden dauert halt bei dem Spiel zu lange. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen... ...därft. Okay. So. Basis. Okay, Nahrung. Gekochte Nahrung, gepögelte Nahrung. Ist mir kackegal. Ich brauche Fisch. Tauflasche, Mediket, Kompass, Schwimmflossen. Brauche ich jetzt nicht. Geräte. Nein! Okay. Gepögelte Nahrung. Okay, mal gucken. Okay. Okay, ich habe Glas. Was mache ich jetzt damit? Kann Glas machen. Das finde ich toll. Okay. Batterie werde ich wahrscheinlich nicht finden. Und Herr Wasser, Silikon-Gummi wahrscheinlich auch nicht. Ja, das hat nicht geholfen. Ah, okay. Ich würde das Ding... Aha. Ich habe ein Inventar. Aber... Ach, okay. So. Ja, ich bin auch manchmal... Dumm. So, ich habe jetzt den Nährstoffblock gegessen. Das Glas und das Zeug gebe ich jetzt mal weg. Die Laternenfrucht nehme ich wieder mit. Habe ich jetzt? Ich habe ein Ei. Ich frage gar nicht erst, wo ich das Ei her habe. Ich will einen Pinguin wieder haben. Die waren süß. Ich glaube... Du bist ein Essbar... Ja. Danke. Mitnehmen. Einstecken. Einstecken. Da hinten die Verlorene ist egal, woher. Danke. Nehmen den Fisch. Meine Base. Ich hoffe ja nicht. Okay. Ich habe Fisch gekocht. Der dürfte auch nicht in die Grenzezeit gut sein. Okay. Wir schwimmen mal zu der Signal. Oh ja, jetzt weiß ich, wie es mit Essen und Trinken funktioniert. Oh. Kenn ich dich? Ich bring dich zu meiner Base. Ich kann anscheinend dich nicht irgendwie einstecken. Ich bin gleich in meiner Basis. So. Okay. Mit dem Ding kann ich Wasser machen. Gut zu wissen. Werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder vergessen haben. Luki-Pupski. Schwimm. Schwimm. Eiskübscher. Alter! Tschüss! Ich muss die Dinger in die Hand nehmen, um sie zu erforschen. Nice. Ja, ja. Sieht schon krass geil aus. Ey, da kann man echt sagen, was man will. Das sieht richtig geil aus. Oh, das sah gerade creepy aus. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Ich versuche die ganze Zeit, mir innerlich zu sagen, alles gut. Okay. Dann muss ich unten durch. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Was ist jetzt los? Das ist unheimlich. Okay, jetzt gewittert's auch noch. Ich komm da nicht ran. Ich komm da nicht ran. Okay, es gewittert nicht. Das sah gerade so aus. Das Wetter hier ist ein bisschen strange. Ich geh jetzt mal stark davon aus, dass sie irgendwo oben stehen wird. Okay, komplette Stille unter Wasser. Okay, nicht komplette Stille unter Wasser. Okay. Okay, hier war ich schon. Ich kann wieder Schnee mitnehmen. Oh, ihr Süßen. Oh, du bist Zucker. Du bist so zuckersüß. Nein. Ich will den einstecken. Bitte. Danke. Das war gerade die richtige Taste. Ich klappe mich weg. Komm, du süßes Ding. So. Okay, dann war ich vorhin richtig. Ja, ja. Alles ist kalt. Okay. Wahrscheinlich ist das Spiel überhaupt nicht gruselig. Und es sind einfach nur die Urängste des Menschen, die es so gruselig machen. So, da ist noch einer. Da liegt ein PDA. Da liegt ein PDA. Okay. Poster kann ich auch mitnehmen. Okay. Das kann ich dann wahrscheinlich auch mitnehmen. Hier. Hier. Okay, die Signalsonde. Ist hier. Nehmen wir die mit. Was? Vielleicht hier noch irgendwas interessantes. Sieht nicht so aus. Sie friert sich gerade wieder den Arsch ab. Nicht da. Wäre zu einfach gewesen, glaube ich. Was bist du für ein hübsches Bäumchen? Kommt da anders, glaube ich, gar nicht raus, ne? Nein! Ja, ich weiß, es ist kalt. Kloppen wir mal ins eiskalte Wasser, ne? Da wärmen sie sich auf, es ist zu geil. Was bist du? Komm her! Komm her! Ich kann dich nicht antagen, scheiße. So, und wieder rauf. Und zurück zu unserer Kapseln. Du siehst lustig aus. Ah! Au! Okay, es ist nicht alles freundlich hier. Ich hab's verstanden. Dankeschön. Okay. Aber es ist so richtig schön relaxing. Was ist das hier dazu? Weil, ja, ich denke schon, dass es hier die bringen möchten. Oh! Pinguin! Du bist einfach ein Pinguin jetzt für mich. Bist du auch wahrscheinlich. Was ist denn da? Kehlküken, Pinguin oder sowas? Und? Kommst du zu Mama? Das Mistding will sich nicht fangen lassen, okay? Ich würde gern noch so einen Sauerstofffisch mitnehmen. Ne, das ist kein Sauerstofffisch. Ein Wasserfisch. Was fängt schon wieder das Hageln an hier? Ey! Dude, was bist du? Ach, du bist ein... Okay, du kannst schwimmen und tauchen. Pass an. Das Wetter hier ist wirklich wahnsinnig. Da sind die Großen, die Mamas und Papas, die ziemlich saugen. Super, ich die ganze Zeit die Kinder mitnehme. Ja. Ah, das da, das da, das da war ein Wasserfisch, oder? Eh! Ach. Ich habe ihn direkt eingesammelt. Ich habe ihn jetzt nicht in der Hand. Wahrscheinlich muss ich die Feuerwehr immer zum Riesest bringen. Menü. Ja, bringe ich ein bisschen was. Okay. So, Fabrikator. Guck mal, was ich habe für dich. Oh. Oh, ein Fisch zum Gong. Okay. Gepökelt. Bumerangfisch kann ich pökeln und den Eislubscher auch. Ich brauche aber Salz. Jo. Weil jetzt weiter nichts ist. Junger Kegel-Pinguin. Ja, ich lege die jetzt in mein Inventar. Das ist ja die Signal-Boje. Lass ich hier. Das lasse ich auch alles hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Den Fisch, den sollte ich essen, weil... Der hat eine gewisse Alt-Bug-Eyeit. Okay. Wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten. Das Fische einsammeln ist halt auch nicht gerade so einfach, weil du musst da genau draufhalten. Ich kann nebenbei noch ein Quart sein sammeln. Ja, auch nicht schlecht. So. Da, bitteschön. Wasser. Den Bauplan kann ich dir endlich wieder abwählen. Ja, kann ich. Okay, Gott sei Dank. Was habe ich da noch? Irgendwas hängt da noch dran. Ach, was da? Okay. Ja. Ich bin ein Stück weit... Was habe ich damit? Was? Schlauer wollte ich gerade sagen. Großer. Werk damit. Ein Stück weit schlauer. Mir gefällt das Spiel. Ich finde es richtig cool. Ich habe keine Ahnung, was das Ziel davon ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich alle Kreaturen, die da rumschwimmen und erforschen, einsammeln. Auf jeden Fall. Du brauchst Essen. Du brauchst Wasser. Du darfst nicht erfrieren. Dich können Tiere angreifen. Das ist irgendwie klar. Aber ich finde es cool. Ich finde es wirklich auch schön gemacht von der Grafik her. Man könnte doch sich ein bisschen mehr bemühen, dem Spieler zu sagen, wie was funktioniert. Das wäre schön. Ja, das ist auch ich. Das verstehe. Ja. Leute, das war es jetzt auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich gehen die anderen Projekte auch weiter. Macht euch keine Sorgen. Aber das ist halt einfach was. So haben wir den Goodie zwischendurch. Wir kommen was unter. Ich möchte es euch zeigen. Deswegen gibt es da wieder mal eine Folge und da wieder mal eine Folge. Nichts läuft davon. Nichts wird vergessen. Keine Angst. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen nach oben. Würde mich wahnsinnig freuen. Überkommen. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig. Und natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Weil das hilft mir ungemein. Gemeinsam wachsen. Gemeinsam groß werden. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Ja, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.